ARENA AUDIO PRÄSENTIERT So leise wie Vogelgezwitscher. Stella! Stella! Was ist los? Bin ich im Auto eingeschlafen? Muss ich wohl, denn ich bin immer noch müde. Meine Augenlider scheinen nicht mehr zu funktionieren. Immer wieder klappen sie zu, sodass ich erneut im Dunkel verschwinde, indem sich der Geruch nach heißem Metall mit der schwülen Luft vermischt. Ich reiße die Augen auf. Aus der Nacht taucht ein Gesicht auf. Nicht mehr als ein Schatten. Ein unbekannter Mann beugt sich über mich. Du bist im Krankenhaus, sagt er. Warum bin ich im Krankenhaus? Wir müssten doch eigentlich bei Pat sein. Sven, Mama und ich. Ich drehe den Kopf zur Seite. Ein großes Fenster rechts, durch das die Sonne fällt. Ein zweites Bett neben meinem. Es ist leer. Ich kann meine Augen nicht mehr offen halten. Wie lange habe ich geschlafen? Welcher Tag ist heute? Mein Vater sitzt neben meinem Bett. Er ist der Letzte, den ich erwartet habe. Wir haben ihn doch erst gestern zum Flughafen gebracht. Das Schiff. Die Nordstern. Sie läuft von Kapstadt aus. Er war auf dem Weg in eine Gegend, in der ein Flug zu einem Krankenhaus so unmöglich ist wie eine U-Bahn-Fahrt zum Mond. Sein Gesicht ist kreidebleich. Warum schaut er mich so seltsam an? Seine Hand streicht über meinen Kopf. Was ist das denn? Hey, ich bin nicht Sven. Meine Kinderzeit ist vorüber. Ich bin 14. Streicheln verboten. Ich versuche mich aufzurichten. Aber es geht nicht. Dort unten hängen meine Beine in der Luft. Mir wird klar. Ich bin im falschen Leben. Also schließe ich meine Augen wieder. Zweiter Versuch. Vielleicht gelingt es mir jetzt, im richtigen Leben aufzuwachen. Dort, wo ich hingehöre. In unserer Wohnung in Bremen. In meinem Zimmer. In meinem Bett. Augen auf. Aber nichts hat sich verändert. Noch immer lächelt von rechts dieser Arzt und von links mein Vater, der eigentlich im Eismeer sein sollte. Wer von beiden sagt, ihr hattet einen Unfall, erinnerst du dich? Welcher Unfall? Wo ist Mama? Wo ist Sven? Hinter meiner Stirn ist eine Mauer. Eine dunkle Wand. Sie kippt. Durch meinen Körper geht ein Schmerz, der hart und kalt ist wie eine Eisenstange. Mama und Sven sind tot. Höre ich meinen Vater sagen. Er fängt an zu weinen. Aber meine Augen bleiben trocken. Jemand hat mir Sand hinter die Lider gekippt, in dem die Tränen versickern. Der Tag ging in die Dämmerung über. Vor dem dunklen Himmel erhob sich der alte Leuchtturm über den Dünen. Die Luft roch nach Meer, Salz und Fisch, und die rote Sonne tauchte im Meer unter. House of the Rising Sun Stellas Gitarrenlehrer hatte ihr den alten Song aus der Steinzeit der Musik vorgeklimpert und dabei sehnsüchtig die Augen geschlossen. Jetzt war sie ihn für alle Zeiten los. Wenigstens ein Vorteil, den das neue Leben hatte. Er hatte immer nach Zigaretten gerochen und war absolut dagegen gewesen, dass sie eine E-Gitarre bekam. Ihr Vater bog in eine schmale Zufahrtsstraße ein und nur Minuten später in einen mit Kies bedeckten Hof. Links befand sich ein schlichtes, einstöckiges Gebäude, das offenbar erst vor kurzem neu verputzt worden war. Im Gegensatz zu den anderen Häusern auf der Insel besaß es ein mit grauem Schiefer gedecktes Dach. Dahinter lag ein schmaler Streifen Wiese, auf dem einige alte Obstbäume standen. Das ehemalige Pfarrhaus war das einzige in der Gegend, in dem kein Licht brannte. Lediglich zwei Bauernhöfe lagen in seiner Nähe, in der Ferne leuchteten Lampen wie Irrlichter in der Abenddämmerung. Ihr Wagen hielt direkt hinter einem nagelneuen schwarzen Sportcoupé mit getönten Scheiben. »Wem gehört der denn?«, fragte Stella. »Der Wagen? Er gehört Pat.« »Seit wann hat die so einen Schlitten?« Anstelle einer Antwort hupte ihr Vater mehrmals. Die Kapitänsmütze auf dem Kopf stieg Stella aus, erleichtert, dass sie endlich angekommen waren. Obwohl seit dem Unfall drei Monate vergangen waren, machte ihr Autofahren immer noch Angst. Sie hatte dann das Gefühl, in ein großes Dunkel zu fahren. Noch immer war das Letzte, woran sie sich erinnerte, dass sie ins Auto gestiegen war, um mit ihrer Mutter und Sven zu Pat zu fahren, die in der Nähe von Kiel lebte. Ihr Vater stellte sich neben sie. »Hier sind wir also.« Stella sah sich um. »Ziemlich abgelegene Gegend, oder?« »Wir wollten ein neues Leben anfangen.« Er wollte, nicht Stella. Er versuchte wegzulaufen vor der Vergangenheit. Er hatte sich freiwillig auf diese Insel gerettet. Er wollte ein neues Leben beginnen. Doch diese Diskussionen hatten sie zu Genüge geführt. Daher bemerkte Stella lediglich. Es sieht aus wie ein englisches Herrenhaus. Pat hat sich viel Mühe gegeben. Es ist ein Glück, dass sie das Haus gefunden hat. Er schwieg kurz. »Komm, schauen wir uns das Haus an. Pat hat es eingerichtet. Außerdem hat sie eine Überraschung für dich.« Pat, die eigentlich Patricia Anders hieß, war eine alte Freundin ihrer Mutter. Gewesen. Sie war eine Freundin gewesen. Doch wer war diese Frau in dem schmalen weißen Rock und den hohen Schuhen, die jetzt in der Haustür erschienen und winkte? War das wirklich Pat? Stella hatte sie ganz anders in Erinnerung. Hatte sie nicht immer verwaschene Jeans und Männerhemden getragen? Blonde kurze Haare gehabt und war ziemlich dick gewesen? Jetzt trug sie die Haare schulterlang und hatte sie dunkel gefärbt. Noch ein Erwachsener, der sich offenbar vorgenommen hatte, sein Leben zu verändern und die Vergangenheit hinter sich zu lassen, dachte Stella. »Pat bleibt noch ein bis zwei Tage«, hörte sie ihren Vater sagen, »bis du dich in der Schule eingelebt hast. Ich muss morgen nach Bremen ins Institut. Wenn ich zurückkomme, fangen wir an mit unserem Leben zu zweit.« Stella spürte einen Stich in ihrem Herzen. Kaum angekommen ließ er sie bereits allein. So war er eben. Ein Reisender. Ein Seefahrer. Sie musste nach vorne schauen. Ihr Leben wieder in die Hand nehmen. Der Ansicht war auch ihre Oma. Deswegen hatte sie ihr die Kapitänsmütze ihres Großvaters geschenkt. Sie ging die Treppe hoch und auf Pat zu, die sie in die Arme nahm. Stellas Herz schlug laut, als sie über Pats Schulter durch die Eingangstür in den Hausflur sah. Ein Gefühl, sagte ihr, sie sollte umdrehen. Unwillkürlich zuckte sie zusammen. Doch Pat hielt sie fest, wischte sich kurz über die Augen und sagte dann betont munter, »Das Haus hätte deiner Mutter gefallen. Sie wollte immer auf der Insel leben.« Wieder dieser Stich im Herzen. »Hätte«, »ein Wort, das sie in Zukunft begleiten würde.« »Komm, ich zeige dir alles«, sagte Pat. »Wie viele Zimmer hat es?«, fragte Stella und trat in den Flur. »Zehn.« »So viele? Gefällt es dir nicht?« »Klar«, antwortete Stella. »Echt toll. Bloß, dass wir nur zu zweit sind.« »Du wirst dich schon einleben. Freust du dich auf die Schule?« Pat hatte keine Kinder, sonst wüsste sie, dass eine neue Schule vergleichbar war mit einem Haifischbecken. Wenn die anderen erfuhren, was ihr passiert war, würden sie mit Sicherheit tuscheln. Andererseits keine Panik, sie fand schnell Freunde. Vermutlich auch in einem Haifischbecken. Schließlich war sie in ihrer alten Schule beliebt gewesen. Sie hatte so viele Briefe im Krankenhaus von Freunden und Klassenkameraden erhalten, dass sie nicht alle beantworten konnte. Auch Caro hatte in den ersten Wochen jeden Tag geschrieben. »Ehrlich gesagt, ein bisschen Panik habe ich schon«, sagte Stella. Pat strich Stella liebevoll eine Strähne aus der Stirn. »Ich bin sicher, du wirst hier schnell neue Freunde finden«, Stella schwieg. Tatsache war, sie war hier auf der Insel eine Fremde. Wie Robinson Crusoe war sie, nachdem sie Schiffbruch erlitten hatte, auf der Insel angeschwemmt worden und hatte wie dieser die Absicht, sie so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Der Geburtsort ihres Vaters war Bremen, wie der von Robinson Crusos Vater. Beide stammten aus einer Familie von Abenteurern und Seefahrern. Stellas Großvater war Kapitän gewesen und ihr eigener Vater unternahm immer wieder Expeditionen mit der Nordstern, einem deutschen Forschungsschiff. Pat ging voraus, den langgezogenen Flur entlang. Links hing ein großer Spiegel in einem vergoldeten Rahmen. Pat hielt kurz inne und warf einen prüfenden Blick hinein, bevor sie auf ihren hohen Schuhen weiterging. Die Absätze klagten laut auf dem alten Steinboden, der das Haus kalt machte und klamm. Alles war fremd. Ein alter Pastor hatte hier gewohnt. Na super, das Haus war heilig. Was möchtest du zuerst anschauen? Pat drehte sich zu ihr um. Mein Zimmer. Dann komm, es ist oben. Pat ging vor ihr die Treppe hoch. Die alten Holzstufen knarrten unter ihren Schritten. An den Wänden hingen Bilder von der Insel. Stellas Zimmer lag rechts. Eine Art Puppenstube mit schrägen Wänden, Dachbalken und blau-weißer Blümchentapete. Komm her, bei schönem Wetter kannst du das Meer sehen. Pat stand an dem runden Fenster, das in der Giebelwand wie das Bullauge eines Schiffes saß. Stella trat neben sie. Unten grenzte ein hoher Zaun das Grundstück von einem schmalen, ungepflegten Feldweg ab. Ein alter Walnussbaum wuchs fast in das Zimmer hinein. Toll, erwiderte Stella höflich. Pat meinte es schließlich gut, aber sie wusste genau, wie Robinson Crusoe würde sie die Tage zählen, indem sie Striche in den alten Holzbalken ritzte, der aus der weißen Decke ragte, bis sie irgendwann von der Insel befreit wurde. Dann fiel ihr Blick auf ihre Gitarre. Nein, es war nicht ihr altes Instrument, es war... Sie konnte es kaum glauben, es war eine E-Gitarre. Sie stieß einen Begeisterungsschrei aus. Wo habt ihr die denn her? Im Internet gekauft, antwortete Pat stolz und strich mit ihren rot lackierten Fingern über das Musikinstrument. Ich finde es so praktisch, du kannst sie leise stellen und störst niemanden, wenn du übst. Stella antwortete nicht. Eine E-Gitarre war nicht dazu da, um Stille zu verbreiten. Es ging um den vollen Sound des Lebens. Sie hatte geglaubt, in der Stille auf der Insel automatisch gehörlos zu werden, doch jetzt konnte sie dieses Haus aufschrecken. Falls der letzte Pfarrer noch als Geist auf dem Dachboden lebte, würde er spätestens ausziehen, wenn sie zu üben begann. Gefällt sie dir? Ihr Vater schaute sie fragend an. Stella nickte. Okay, sie hatte sich zwar eine Weiße gewünscht, aber was soll's? Danke, sagte sie. Er hob verlegen die Hände. Dank nicht mir, das war allein Pats Idee. Stella nahm die Gitarre in die Hand und setzte sich auf ihr neues Bett. Gewohnheitsmäßig begann sie, die ersten Akkorde anzuschlagen. Sie wollte das Lied für das Schulkonzert spielen, das in ihrer alten Schule im September hatte stattfinden sollen und das nun ohne sie ablaufen würde. Doch die Griffe fielen ihr nicht mehr ein. Ihr Kopf war leer. Da war es wieder, das große Loch, in das ihre Gedanken fielen und verschwanden. Ich kann mich an nichts erinnern, flüsterte sie. Alle schwiegen. Die Stille hing im Raum. Sie breitete sich aus wie eine schwarze Flüssigkeit. Als hätte Stella ein Gefäß umgestoßen, aus dem jetzt die Trauer floss. Die Ärzte hatten es ihr ausführlich erklärt. Gedächtnisverlust für den Zeitraum vor Eintreten des Unfalls. Im Gedächtnis gespeicherte Bilder oder Zusammenhänge können nicht in das Bewusstsein geholt werden. Das klang wie ein Computerfehler in ihrem Gehirn. Irgendein Virus auf der Festplatte, der ganze Tage in den Zwischenspeicher kopierte. Pat hob energisch Stellas Koffer aufs Bett, öffnete ihn und begann auszupacken. In ihrer Hand hielt sie nun das blaue Notizbuch, das der Arzt Dr. Meyer Stella zum Abschied geschenkt hatte. Dein Logbuch, hatte er erklärt. Wenn du aufbrichst zu der Reise zurück. Und wenn sie auftauchen, die Gedächtnisinseln, kannst du sie hier festhalten. Stella nahm Pat das Buch aus der Hand. Ich mache das schon. Bloß nicht heulen, Kapitän, dachte sie. Da spürte sie etwas Weiches an ihrer Wange. Es bewegte sich. Ihre Hand griff danach. Ein klägliches Maunzen. Erst leise, dann immer lauter. Sie schaute zur Seite und als sie sah, was ihr Vater in den Händen trug, freute sie sich zum zweiten Mal an diesem Tag. Tränen traten ihr in die Augen. Eine Katze. Eine kleine schwarze Katze mit einem weißen Fleck ums rechte Auge. Als ob sie ein Monokel trug und unheimlich klug war. Mein Gott, seit Jahren hatte sie sich eine gewünscht. Erst war die Stadtwohnung zu klein gewesen, dann kam die Schwangerschaft ihrer Mutter und natürlich Sven. Die Katze versuchte sich aus den ungeschickten Händen ihres Vaters zu befreien. Sie miaute erbärmlich, den verzweifelten Blick auf Stella gerichtet. Vielleicht, meinte Stella an ihren Vater gewandt, verstehst du ja etwas von Bakterien im Packeis, aber lass bitte die Katze in Ruhe. Sie nahm ihm das schwarze Fellknäuel ab und hob es in die Luft. Freitag, stellte sie fest. Genau. Das ist gut, das gefällt mir. Den verständnislosen Blick ihres Vaters ignorierte sie. Zärtlich strich Stella der Katze über das Fell, aus dem ihr das weiß umrandete Auge entgegen blinzelte. Sie legte den Kopf zur Seite, schaute das Tier noch einmal prüfend an und nickte schließlich. Freitag. Sie soll Freitag heißen. Wie immer derselbe Traum. Stella saß auf dem Rücksitz des kleinen Wagens ihrer Mutter. Sie raste durch einen Wald. Gleich würden sie gegen einen der Stämme knallen mit einer Geschwindigkeit, die das Auto in der Mitte spalten würde. Und das Schlimmste? Sie war angeschnallt, aber der Gurt wandte sich um ihre Kehle, zog sich fester und fester. Dabei musste sie doch nach vorne. Sie musste das Auto aus dem Dickicht lenken. Niemand außer ihr konnte das tun. Und dann die Erkenntnis, die beiden Plätze vor ihr waren leer und das Lenkrad fehlte. Regen drang durch das Autoblech. Sie spürte ihn auf ihrem Gesicht und schlug die Augen auf. Wo war sie? Was war das für ein Zimmer? Stellas Herz schlug heftig. Sie war schweißgebadet, als sie sich aufrichtete. Ach ja, auf der Insel gestrandet. Puh, was für ein scheußlicher Traum. Stella war Freitag dankbar, dass er sie abgeleckt und aus dem Schlaf gerissen hatte. Auch wenn der Wecker erst sechs Uhr früh zeigte. Durch das Bullauge saß Stella dichten Nebel. Vom Nussbaum war lediglich ein Schatten zu erkennen, graue Finger, die sich nach ihr ausstreckten. Positiv denken, dachte sie, immer positiv denken. Sie wollen dich begrüßen, ein Baum ist ein Freund. Das stand in jedem Kinderbuch. Na, sagte sie zu der Katze, die sie aufmerksam beobachtete, »Wirst du mich jetzt jeden Morgen wecken?« Ihre Frage verstand Freitag als Aufforderung, erneut aufs Bett zu springen. »Ich muss aufstehen,« gähnte Stella, »aber du kannst liegen bleiben. Weißt du, wie gut du es hast?« Freitag krümmte den Rücken, um sich in der Bettdecke eine Mulde zurechtzutreten. Vorsichtig schob Stella die Decke zurück und stand auf. »Wirst du an mich denken heute Vormittag?« Stella legte ihren Kopf auf den Katzenkörper und roch die Wärme und das bedingungslose Vertrauen in das Leben. Sie war eine durchschnittliche Schülerin, vielleicht sogar etwas besser, und bisher gerne zur Schule gegangen. Warum fürchtete sie sich jetzt? Sie zog die älteste Jeans über, die sie besaß, dazu ein dunkelblaues T-Shirt. Die Haare zu einem Pferdeschwanz binden, nur nicht auffallen, das stand in ihrem Logbuch auf der ersten Seite. Der Frühstückstisch war schon reichlich gedeckt. Pat hatte sich Mühe gegeben. Sogar Blumen hatte sie im Garten geschnitten. »Gut geschlafen?« »Hm«, murmelte Stella. »Hast du geträumt?« Pat beobachtete sie besorgt. »Nein.« Dennoch verfolgte Pat sie weiter mit diesem kummervoll prüfenden Blick, als würde sie ihr nicht glauben. Stella beschloss, Pat's Blick zu ignorieren und sah zu, wie diese das Brot dick mit Butter bestrich. »Was möchtest du, Schatz? Marmelade oder Käse?« Offenbar wusste sie nicht, dass Stella morgens keinen Bissen zu sich nahm, nur Tee trank. »Hab keinen Hunger.« »Du musst frühstücken!« Das Messer fuhr in die Marmelade. Stella wollte nicht diskutieren, nicht morgens um sieben. »Ist Johannes schon weg?« Seit dem Unfall brachte sie das Wort Papa nicht mehr über ihre Lippen, sondern nannte ihren Vater immer beim Vornamen. Er musste früh los, um die erste Fähre zu erwischen. Er hat heute einen wichtigen Termin im Institut. »Ja, ja. Alles, was er tut, ist wahnsinnig wichtig. Ich verstehe nicht, wie das Vorkommen von Plankton interessanter sein kann als mein erster Schultag.« Er räumt heute seinen Schreibtisch im Institut. Es fällt ihm sicher nicht leicht. Er gibt das alles auf, damit er sich um dich kümmern kann. Seine wissenschaftliche Karriere, die Reisen mit der Nordstern. Weißt du, was das bedeutet, an so einem Projekt mitzuarbeiten? Mit diesem Forschungsschiff zur antarktischen Halbinsel unterwegs zu sein? Was hat er denn aufgegeben, protestierte Stella. »Packeis, Plankton, Bakterien. Echt spannend.« Petsch schwieg einen Moment und sagte dann, »Du musst das verstehen, Stella. Auch für ihn ist es nicht einfach. Schließlich arbeitet er seit fast zwanzig Jahren für das Institut. Dieser Job war sein Traum. Und du bist ja schließlich nicht allein, oder?« Sie bemühte sich um einen aufmunternden Ton. »Ich bin ja auch noch da. Ich bring dich zur Schule.« »Ich kann doch auch mit dem Fahrrad fahren.« Nach dem Traum war Stella nicht nach Autofahren zumute. Außerdem war es verdammt peinlich, in ihrem Alter zur Schule gebracht zu werden. Als wäre sie ein Baby. Mama hätte das verstanden. »Mama. Hätte.« »Ich hasse Autofahren.« Petsch schaute sie lange an. »Du musst vergessen,« sagte sie schließlich. »Mit dem Vergessen,« antwortete Stella trotzig, »habe ich ja, wie wir wissen, kein Problem, sondern damit mich zu erinnern.« Sie konnte nicht verhindern, dass ihr die Tränen in die Augen schossen. »Da ist nun mal Nirvana in meinem Kopf. Alle erzählen, dass meine Mutter mit hundert Sachen in einen Baum gerast ist. Auf offener Strecke. Aber ich kann es nicht glauben.« Sie schlug sich mit der Hand an die Stirn. »Weil hier nichts ist. Verstehst du?« »Vielleicht träume ich nur. Was, wenn diese ganze Scheiße einfach nur ein verdammter Albtraum ist? Was, wenn ihr mich alle anlügt?« Petter starrte. Schließlich schluckte sie schwer und wandte sich ab. Stella hatte das Gefühl, dass sie ihr etwas verschwieg. »Warum? Vor was wollte Pat sich schützen?« Pat hielt vor dem Pausenhof der Inselschule, die direkt neben der Kirche lag. Auf dem Hof herrschte nicht die hektische Betriebsamkeit, die Stella von ihrer alten Schule in Bremen gewohnt war. Hier standen nur vereinzelt Gruppen von Schülern herum und unterhielten sich. Sie wandte den Blick von einigen Mädchen ab, die sich beim Wiedersehen nach den langen Sommerferien in die Arme fielen. Stella fühlte sich, wie wenn der Lehrer sagte, »Sucht euch einen Partner!« und man fand keinen. »Es hängt von dir ab, ob du Freunde findest«, hörte sie Pat neben sich sagen. Seufzend stieg Stella aus. Es ging nichts über die aufmunternden Lebensweisheiten von Erwachsenen. Pats neues Cabriolet fiel auf und sie trug diese riesige Sonnenbrille mit rosa Gläsern. Echt, sie hatte sich völlig verändert. Oder täuschte sich Stella? Hatte Pat schon immer so ausgesehen? War sie schon so dünn gewesen, als sie mit ihrer Mutter und Sven bei ihr Urlaub gemacht hatten? Vor dem Unfall? Pat lehnte sich aus dem Fenster. »Du schaffst das schon. streng dich deinem Vater zuliebe an. Er hat genug Sorgen.« »Was war mit ihr, Stella? Hatte sie etwa keine Sorgen?« Die Freundin ihrer Mutter nickte ihr noch einmal aufmunternd zu und verschwand, während Stella sich auf ihre Strategie konzentrierte. Nicht auffallen. Sie hob kaum den Kopf, als sie den Pausenhof überquerte. Waren dort nicht bereits die ersten neugierigen Blicke? Am ersten Schultag an einer neuen Schule blieb man besser unsichtbar. Man musste eine Tarnkappe tragen, die man nur abnahm, wenn der Lehrer einen ansprach. Ansonsten ließ man sie auf, damit man nicht bemerkt wurde. Das waren die Gruppenregeln. Langsam ging sie auf das Schultor zu. »Ich komme niemandem in die Quere«, drückte ihre Haltung aus. Sie hätte es auch fast geschafft, unbemerkt ins Schulgebäude zu gelangen, als jemand in ihren Rücken sagte, »Du bist die Neue, oder? Ihr seid in das alte Pfarrhaus gezogen, das seit Jahren leer steht. Und du hast das Gedächtnis verloren. Das muss ein irres Gefühl sein.« Stella drehte sich um. Vor ihr stand ein dünnes Mädchen, das mindestens einen Kopf größer war als sie. Die halblangen Haare, die in ihr blasses Gesicht hingen, waren rabenschwarz, als sei sie für die Nacht getarnt, und bildeten einen krassen Gegensatz zu den rot geschminkten Lippen. Der dunkle Mantel hing ihr bis zu den Knöcheln. Die Füße steckten in Stiefeln mit Metallschnallen. Um ihren Hals trug sie eine lange silberne Kette, an deren Ende ein Kreuz verkehrt herum hing. Die Hand, die sich Stella entgegenstreckte, steckte in einem schwarzen Spitzenhandschuh, der bis hoch zum Ellbogen reichte. »Ich heiße Antje, aber ich möchte Mary genannt werden, wie Mary Shelley.« Sie sah aus wie Freitag, der sich in einen Menschen verwandelt hatte, um ihr das letzte Geleit zu geben. Stella runzelte die Stirn. Sie hatte keinen blassen Schimmer, wer Mary Shelley war. Eine Sängerin? Ein unbekannter Star aus der Szene, in der sich diese Antje offenbar bewegte? »Macht nichts, wenn du nicht weißt, wer Mary Shelley war. Die hat Frankenstein erfunden«, sagte das Mädchen, als hätte sie ihre Gedanken gelesen. »Komm mit, ich zeig dir die Schule.« Vielleicht, dachte Stella, war alles noch viel schlimmer, als sie gedacht hatte. Sie konnte nur hoffen, dass nicht alle Eingeborenen auf dieser Insel so waren wie Antje. Als sie durch das Eingangsportal trat, hatte Stella das Gefühl, ins Mittelalter zurückzukehren. Das Schulgebäude musste uralt sein. Durch die niedrigen Türstöcke passte man als Kind des 21. Jahrhunderts gerade noch durch. Doch wäre dies das Mittelalter, so wäre Antje vermutlich als Hexe verbrannt worden. Oder Nonne geworden, um in der Klosterzelle auf göttliche Visionen zu warten. Sie selbst hätte nach dem Tod ihrer Mutter ins Waisenhaus gemusst, weil ihr Vater, der Seefahrer, wieder hinaus aufs Meer fuhr. Antje schlappte neben ihr in den schwarzen Stiefeln die Treppe hoch. Bei jedem Schritt rasselten die Schnallen leise. Einige Jungen aus den unteren Klassen rannten vorbei und stießen Antje in die Seite. »Hey, Miss Frankenstein, was denn los? Mach Platz! Bist du noch nicht richtig wach? Sargdeckel nicht aufbekommen, oder was?« Sie brachen in grölendes Gelächter aus. Antje reagierte nicht und Stella dachte, es wäre nicht das Schlechteste, an ihrer Seite zu bleiben, sozusagen in ihrem Schatten. Denn offenbar zog das Mädchen die Aufmerksamkeit auf sich. Das hieß, keiner würde sie, Stella, beachten. Doch als sie sich kurz umdrehte, sah sie hinter sich drei Mädchen in Jeans und drei gleichen weißen T-Shirts, auf denen stand »I love Robbie Williams«. Neugierig starrten sie Stella an, steckten die Köpfe zusammen und tuschelten. »Was sind denn das für Zicken?« fragte Stella. Antje warf der Gruppe einen verächtlichen Blick zu. »Lara, Mona und natürlich Vanessa. Das ist die Neonblonde in der Mitte.« Stella fühlte sich plötzlich beklommen. Leichte Panik kam in ihr hoch, während Antje weitersprach. »Die anderen beiden sind nur ihre billige Kopie. Machen ihr alles nach, können sich aber Originalmarken nicht leisten und tragen nur Fakes.« Sie ging schnell weiter. Unwillkürlich passte sich Stella ihrem schlurfenen Gang an, während sie ihr in den ersten Stock folgte. Vor Aufregung bekam sie kaum Luft. Woher kam plötzlich diese Angst? »Alles hier hat seine heilige Ordnung. « erklärte Antje mit ihrer dunklen, kratzigen Stimme. »Erdgeschoss Unterstufe, erster Stock Mittelstufe, Oberstufe ganz oben. Als ob man sich verirren könnte. In welche Klasse kommst du? 8b. »Dann bist du bei mir, dachte ich mir schon. Ich bin wie eine Katze, habe den siebten Sinn.« Stella dachte an Freitag. Der siebte Sinn ihrer Katze beschränkte sich auf die Futtersuche. »Die Lehrer sind ganz in Ordnung,« fuhr Antje fort. »Sie machen ihren Job und lassen einen weitgehend in Ruhe. Bis auf die Klasen. Genannt die Schneeäule wegen der Brille und der weißen Haare. Die gibt Englisch. Unser Klassenleiter ist in diesem Jahr der Dudichum, Musik. Er leitet die Schulband.« »Dudichum?« »Ist das wirklich sein Name?« »Ja.« Es war das erste Mal, dass Stella ein Lächeln auf Antjes Lippen sah. »Spielst du ein Instrument?« »E-Gitarre.« Für einen Moment blieb Antje stehen und schaute sie kurz an. »Da hast du den Musikantenbonus und keine Probleme.« Sie blieb vor einer Klassentür stehen. »Hier sind wir. Kannst dich neben mich setzen.« Erleichtert nickte Stella. Das nächste Problem war gelöst. Sie musste sich keinen Platz suchen. Wieder kicherten die drei Mädchen hinter ihrem Rücken, nur war diesmal nicht sie gemeint. »Beachte die nicht!« murmelte Antje. »Die sind sowas von...« Dann brach sie ab. Ihr Blick fiel auf eine Gruppe von Jungs, die die Treppe hochkamen. Sie sahen aus wie eine gecastete Inselboy-Group in einem Videoclip. Drei von ihnen trugen die blonden Haare mit viel Gel nach oben. Die Jeans hingen an ihren Hüften und rutschten noch tiefer, weil sie die Hände in den Taschen vergraben hatten. Lange T-Shirts reichten fast bis zu den Knien. Nur der vierte hatte dunkelbraune, fast schwarze Haare, die sich über den Ohren lockten. Er hatte eine Gitarre um die Schultern hängen und war der einzige, der nach allen Seiten grüßte. Alle Blicke folgten ihm, doch er schien es gar nicht wahrzunehmen. »Das sind Pepe, Tom, Mikey und Robin. Robin Falk,« flüsterte Antje. »Robin ist der Gitarrist in der Schulband.« Wenn Stella nicht alles täuschte, sah sie Sehnsucht in Antjes Blick aufleuchten. »Die machen wirklich coole Musik. Übrigens wohnen die vier im Rosenhof.« »Im Rosenhof?«, fragte Stella. »Das Internat.« »Warum sind die dort?« »Weil die Eltern sie los sein wollen. Pepe zum Beispiel, das ist der im Basketballtrikot. Seine Mutter ist Schauspielerin und immer unterwegs. Robin Falk ist hier, weil er was an der Lunge hat. Sein Vater ist bei der Polizei auf dem Festland. So wie sie Festland sagte, klang es wie ein anderer Planet. Stella wurde wieder bewusst, dass etliche Kilometer mehr zwischen der Insel und ihrer alten Schule lagen. »War das deine Mutter in dem Sportwagen?«, fragte Antje. »Nein.« Stella schüttelte energisch den Kopf. »Ach ja, stimmt. Die ist bei dem Unfall gestorben, oder?« Stella nickte. »Und da hat dein Vater schon wieder eine neue Freundin?« »Spinnst du? Das war Pat, die beste Freundin meiner...« Sie brach ab. »Totalkontrolle, was? Denken, du wirst nicht damit fertig. Komm, setzen wir uns nach ganz hinten. Ich will nicht, dass mir jemand mit seinen Augen Löcher in den Rücken brennt.« Antje knallte ihre Schultasche auf den Tischen der letzten Reihe. »Vor allem nicht die Robbie-Williams-Gang!« Sie war nicht gerade leise, doch die drei Mädchen hörten sie nicht, weil sie jetzt die Boy-Group lautstark begrüßten. Bis auf Robin, der sich in die erste Reihe direkt neben das Fenster setzte, verbeugten sich die Jungs und riefen, »Na, habt ihr uns vermisst?« »Wie kommt ihr denn darauf? Wir hatten einen tollen Sommer ohne euch. Jede Menge cooler Typen am Strand.« Mona, Lara und Vanessa gackerten los, als ob sie einen Preis im Wettkichern gewinnen wollten. Augenblicklich brachen die Jungs in dieses Lachen aus, das heutzutage das auf die Brusttrommeln junger Eingeborener ersetzte. »Was denn? Habt ihr mit ihnen Sandburgen gebaut?« »Nein, wir haben mit ihnen...« Vanessa beugte sich zu ihren Freundinnen, um ihnen etwas zuzuflüstern. Das Kichern, das darauf folgte, war so laut, dass Stella Angst hatte, die Scheiben könnten zerspringen. Der Wunsch nach einer Tarnkappe war jetzt zur verzweifelten Hoffnung auf Rettung geworden. Nicht, weil sie diese Art von Dialogen nicht gewohnt war, sondern weil ihr klar wurde, dass sie nicht dazugehörte. Ach, und eigentlich auch nicht dazugehören wollte. Ich hoffe, dass sie sich nicht mehr schädigen, wie sie sie schädigen, sie habenges krägt, weil sie sich nicht mehr schädigen. Vielen Dank.